Hi und herzlich willkommen zurück zu What's Hot, der Beauty Friday steht vor der Tür und das bedeutet, es gibt 20% Rabatt auf ganz viele traumhafte Produkte online und in den Stores. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, welche Produkte ihr euch auf jeden Fall zum Beauty Friday sichern müsst, dann bleibt dran. Ihr habt es ja schon im Intro gehört, es ist Beauty Friday und das bedeutet, es gibt 20% Rabatt auf ganz viele tolle Produkte und das ist eben perfekt für jeden Beauty Junkie und Beauty Lover geeignet. Ich habe euch heute einfach mal eine Handvoll Produkte mitgebracht, die eben Teil dieser Beauty Friday Aktion sind, aber ihr findet natürlich noch ganz viele weitere tolle Produkte auf Douglas.de und in den Stores und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Produkt. Heute legen wir direkt mit einem Produkt aus der Kategorie Duftlos und zwar kommt das von Chloé und das ist eben das gleichnamige Chloé Eau de Parfum. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen meiner persönlichen Lieblingsdüfte, dieses Parfum stellt quasi einen klassischen Duftaspekt, nämlich die Rose in den Mittelpunkt, aber eben auch eine neu interpretierte und moderne Art und Weise. Dabei riecht der Duft vor allem super pudrig und floral und das liegt natürlich an den Komponenten, die hier drin stecken. Ihr findet hier beispielsweise Pfingstrosen, Fresia, Amber oder auch Litchi drin. Er gehört zu meinen Favorites einfach, weil er sehr blumig riecht, er ist sehr frisch, sehr leicht und riecht eben typisch nach Chloé und gerade wenn ihr euch quasi dieses Blumenbouquet das ganze Jahr lang aufsprühen möchtet und nicht nur im Frühling, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall mal genauer anschauen. Der ist jetzt Teil vom Beauty Friday Sale und deswegen ist das eine absolute Empfehlung von mir. Für einen makellosen Ton sorgt unser nächstes Produkt im Handumdrehen und zwar kommt das von It Cosmetics und das ist die Your Skin Would Better CC Plus Cream. Wenn ich an dieses CC Plus Cream denke, kann ich gar nicht mehr mit dem Schwärmen aufhören, denn sie vereint eben das Beste von ganz vielen tollen Produkten. Sie kann beispielsweise als Creme, Concealer oder auch Foundation verwendet werden und schützt dabei eure Haut noch mit Lichtschutzfaktor 50. Gerade wenn ihr Full Coverage mögt oder Unreinheiten und Rosazea abdecken möchtet, ist das wirklich euer Produkt to go. Das lässt sich super einfach mit einem Schwamm oder auch einem Pinsel auftragen und zaubert eben einen wunderschönen Ton im Handumdrehen. Und deswegen ist das ein absolutes Must-Have zum Beauty Friday. Auch in Sachen Pflege möchte ich euch zwei Produkte auf gar keinen Fall vorenthalten und die kommen heute von Glow Recipe und von One to Three. Für die Pflegejunkies unter euch wird die Avocado Melt Sleeping Mask von Glow Recipe natürlich kein Geheimtipp mehr sein, denn die sorgt eben einfach für einen gepflegten und strahlend schönen Ton, während ihr schlaft. Hier steckt vor allem der Avocado-Extrakt drin und der wurde eben noch mit ganz vielen edlen Ölen gepaart, sodass die Maske wirklich super hydratisierend ist. Eure Haut wirkt nicht mehr so fahl, sondern eben richtig schön genährt und ihr könnt das Ganze eben auch als Beauty-Ritual und Me-Time quasi am Abend auch tragen und wacht dann eben mit schön hydratisierter und gepflegter Haut am nächsten Morgen auf. Und ich bin mal ein riesengroßer Fan der Maske. Ich mache das immer, um mir einfach am Abend was Gutes zu tun. Und deswegen solltet ihr euch die auf jeden Fall mal zum Beauty-Friday merken. Unser nächstes Pflegeprodukt vereint Anti-Aging mit Clean Beauty und zwar kommt das von One to Three und das ist die Goodbye Wrinkles Ultimate Glow Cream. Dabei ist diese Creme ein echtes Multitalent, denn sie nährt eben nicht nur eure Haut, sondern reduziert gleichzeitig auch noch sichtbare Anzeichen der Hautalterung. Was vielleicht noch interessant für euch zu wissen ist, ist, dass sie für alle Hauttypen geeignet ist. Hier stecken fermentierte Inhaltsstoffe drin, die eben für ein jugendlicheres Aussehen sorgen und insgesamt ist sie natürlich auch noch ein Teil von Clean Beauty, was eben immer super ist, gerade wenn man empfindliche Haut hat und deswegen ist die eben noch ein Produkt, das auf jeden Fall wert ist im Beauty-Friday-Cell ausgecheckt zu werden. Und wie im Intro schon erwähnt, habe ich ja heute ganz viele tolle Kategorien für euch und deswegen steigen wir hier nochmal in die Nahrungsergänzungsmittel ein. Und zwar habe ich hier einmal von Hashtag Inner Beauty die Hyaluron Lift Plus Kapseln für euch. Gerade mit Kapseln könnt ihr eurer Haut oder auch eurem Körper was Gutes von innen tun und da sind natürlich die Kapseln von Hashtag Inner Beauty perfekt geeignet. Sie beinhalten eben tolle Inhaltsstoffe wie beispielsweise Zink, Biotin oder auch Q10 und damit könnt ihr eben den Regenerationsprozess eurer Haut unterstützen. Sie sind beispielsweise auch glutenfrei, halal oder eben auch für einen veganen Lebensstil geeignet und können eben auch bedenklos während der Stillzeit und der Schwangerschaft eingenommen werden und sind eben eine super Ergänzung von innen und ein absolutes Pflege-Must-Have für den Beauty-Friday. So, das waren jetzt alle Produkte. Ich hoffe wie immer, dass sie euch gefallen haben. Ich habe sie euch nochmal unten in der Infobox verlinkt, falls ihr sie nachshoppen möchtet. Ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat und natürlich den Kanal abonnieren, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!